Kenneth Ogbe, MVP des NBBL All-Star Games. Der Süden hat 5 von 6 Vergleichen gewonnen. Bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben gut zusammengespielt und haben am Anfang gesagt, dass wir den Norden schön einheizen wollen und es hat geklappt. Zeig mal her die Trophäe. Ja, steht dir, steht dir. Dein Bruder Dennis ist gerade am College. Du hast ganz kurz hier in Nürnberg gespielt oder warst du jedenfalls mal? War es nett? Ein kleines Comeback hier? Ja, auf jeden Fall. Also ich war jetzt vor vier Jahren, habe ich hier kurz gelebt und bin dann wieder zurückgegangen. Aber die Stadt hat mir auf jeden Fall sehr gefallen und ich kenne hier ein paar Leute und die mag ich alle gern und sind auch mit in die Halle gekommen. Also war sehr schön. Musst du heute Abend irgendwie noch Freikarten für die Party besorgen wahrscheinlich. Was sind die Teile deines Spiels, wo du sagst, hey, da bin ich schon zufrieden mit und da würde ich gerne noch dran arbeiten? Sagt mein Trainer. Ja, ich glaube, ich muss an allem auf jeden Fall arbeiten. Ich glaube, ich bin in meiner Altersgruppe auf jeden Fall athletisch. Also von der Schnelligkeit zum Springen bin ich sehr weit. Aber ich glaube, ich muss an meinem Wurf arbeiten. Und ja, an meinem Wurf und allgemein an meinen Techniken. MVP des NBBL All-Star Games. Wo sollst du denn mal hingehen? Wo siehst du dich in vier Jahren? Hoffentlich in der Bundesliga.